Jetzt noch ein kleiner Trick für die ultimative Hardcore Mega-Jojo-Freaks. Mit dem 1-Spurigen und dem 2-Spurigen. Ready? Ups! Ich bin übrigens auch hart. Hey, Enzo, kennst du meinen neuen Trick schon? Okay, siebenmal, aber er schneidet auch mal die Finger ein. Enzo, hast du das auch? Ja, du hast ihn noch rausgedreht, ich dreie ihn noch rein. Ja! Wie viel? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht zählen. Heute geht es um Synchronicität. Ready? 3 3 2 1 Hey! Fünfmal! Wir kommen jetzt zu unserem ultimativen Yo-Yo Trick. Etwas, was ihr noch nie gesehen habt. Der Doppelfadertrick. Ready? Ready? 3 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 1 Hey! 5 Mal. Gratulieren! Hey! Ha! Bist du ready? Ja! Also mit einem Käppchen machst du das mal. Ja sicher, sondern besser als mit einem Bedienungshandbuch. Ja, ich habe ihn nicht gescheiter gefunden. Das Wesentliche ist aber, wir machen es ohne Schnur. Genau! Genau! 3, 2, 1... Hey, super! Nicht schlecht! Ja, für das, dass wir keine Schnuhen haben. Ich habe nie geübt. Danke! Ich habe nie geübt.